OPC beginnt mit einer Kapsel. Nimm ich zwei Kapsel, wird mein Blut verdünnt, nicht zerstört, aber es kommt viel Gift raus. Jeder kleine Finger wird durchblutet. Wenn die Leute zwei Kapseln OPC sagen, Herr Franz, ich bin müde, mach so viel leichtes Schnupfen. Ich sage, okay, eine Kapsel, aber nach einer Woche hast du Power, nach einer Woche Pestizide, Herbizide, Schwermetalle, alle synthetischen Stoffe kommen raus und dann kann der Körper wieder atmen, bedeutet OPC. OPC entgiftet, zweit, was macht OPC? Schütztes Körpergewebe. Es sind viele Leute, die haben schwache Arterien. Manche Leute sagen, Herr Franz, ich habe Aneurysma auf meinem Hauptschlag, gerade so ein Ballon. Wenn der platzt, bin ich in sechs Sekunden tot. Andere haben Kopf-Aneurysma, kleine Äderchen sowie kleine Luftballons. Andere haben Bauch-Aneurysma. Aneurysma bedeutet, die Ader ist schwach. Es gibt eine Studie, nehme ich jetzt eine Kapsel OPC, habe ich nach 24 Stunden die Widerstandsfähigkeit meiner Blutgefäße verdoppelt. Warum? OPC nimmt Vitamin C und baut die Kollagenfaser in die Arterie ein. Am besten sieht man wo? Krampfadern. Ihr seht Krampfadern, was noch? Hämorrhoiden. Hämorrhoiden bedeutet, die ganzen Sprossen sind rausgebrochen, ja, Hämorrhoiden. Du kannst sie reinschieben, beim ersten Stuhlgang sind sie wieder draußen. Nützt gar nichts. Du kannst nehmen, machst du Hensalbe, kannst hinten rein, schön schmieren. Nützt auch nichts, du kannst rotes Weinlaub nehmen, um tolle Venen zu haben. Was wir brauchen, um Venen, wenn ihr mit OPC gewöhnt habt, die erste Woche eine oder nachher in der Woche zwei Kapseln, da könnt ihr im Experiment Hämorrhoiden oder Krampfadern machen. Ich gehe in den Steinmark rüber, kommt der erste Versicherungsvertreter, so ein griffiger Mann, sagt, Herr Franz, ich kenne Sie. Ich sage, wieso? Durch Sie habe ich meine Hämorrhoiden wegbekommen. Ja, Robert Franz ist Hämorrhoiden-Killer, oder? Robert Franz lässt Österreich schmerzfrei scheißen. Auch ein toller Titel. Nehme ich gerne an. Am besten sieht man bei Krampfadernhämorrhoiden. Ich gehe zur Frau nach Hause, sagt, Herr Franz, können Sie mir helfen? Ich sage, klar, ich kann Ihnen sagen, was Sie machen können. Ich habe Hämorrhoiden, ab nächster Woche gehe ich mir operieren. Sie sehen, Sie sehen sich das Höchst herunter, schaut zwischen Arschback und Hämorrhoiden. Sagen Sie, Herr Franz, sind Sie nicht ganz dicht? Sie schauen Frauen in den Hinterrhein. Ja, ich bin Automechaniker, will den Auspuff sehen, oder? Ich muss die Diagnose stellen. Ich werde nicht wieder Arsch. Ich muss meine Diagnose stellen. Ich habe statt Hämorrhoiden und sage, wissen Sie was? Nehmen Sie acht bis zehn Tage zehn OPCs. Drei früh, drei am Mittag, drei am Abend, zwischen acht und zehn Stück. Weißt du, was passiert? Keine Hämorrhoiden mehr. Warum? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag haben Sie nicht mehr gejuckt. OPC baut Vitamin C ein, dadurch eure Krampfadonale. Sie sind wieder eingebaut, wieder fest, aus. Ganz ehrlich, dass so dicke Krampfadonale nicht komplett verschwinden. Sie werden schmerzfrei, Besenreiz, alles verschwindet. Heilpraktiker von München. Ruft an, ja, funktioniert. Ziegenmenschen. Selbst wenn ich schon zwei OPC im Märk, Herr Franz, ich bin schwanger, meine Hämorrhoiden lassen schon langsam nach. Zwei OPCs. Aber nicht gleich mit zehn OPCs. Warum? Da tust du schon kein Giffen, sondern erst mal OPC nehmen, in ein, zwei Wochen. Und dann sage ich, okay, jetzt probiere ich mal und immer nach dem Essen nicht, dass es übel wird. Drei OPC nach dem Frühstück, nach dem Mittag, nach dem Abend, über zehn, weg die Hämorrhoiden. Was machen wir? Wir haben kein Wissen. Wir lassen uns operieren. Schließend muss, du wirst verletzt und da gehst du mit Willen rum. Das ist die Lösung der Medizin. Deshalb habe ich keinen Bock darauf, deshalb werde ich die Leute aufklären. So, das OPC ist für mich ganz toll. Das Ding, über 80 Mangelzustände, wechselrealbeschwerden bei den Frauen, bessere Durchblutung bei den Augen, tolle Haut. OPC ist Transmortmittel. Umsonsten nehmt ihr Sachen, die werden einfach nicht hin. Blut trägt die Sachen hin. Wir können durch OPC, meine Meinung, die Medikamente zur Hälfte halbieren. Ich nehme zum Beispiel ein Glucosamin für die Gelenke. Japanische Studie, 1500 Milligramm Glucosamin, einzeln ohne OPC. Nimm ich Glucosamin plus OPC, brauche ich nur 750. Was macht OPC? Halbiert. Will die Pharma ihre Medikamente halbieren, ich stehe zur Verfügung. OPC. Wisst ihr warum? OPC verteilt alles so gut, dass du die Hälfte brauchst. Du kannst dir denken, darin Gift in deinen Körper rein, irgendwo bleibt stehen und er hofft, irgendwo dort muss es ankommen. Das kommt nicht mehr an. Da muss eine starke Dosis ankommen, dass irgendwann dort hinkommt. Das merkt euch, OPC, jeder kann OPC verkraften, egal was er nimmt. Aber nach einer Woche würde ich zwei nehmen. Warum? Jeder von euch hat 5 Liter Blut in den Körper, so großen Kochtopf. Die eine Kapsel macht das Blut dünn, aber die zweite Kapsel beginnt zu schützen. Und außerdem, OPC ist für mich ein Antioxidant. Warum? Du kannst lange leben durch zwei Sachen. Wenn jeder von euch die Hälfte isst, lebt er zweimal so lange. Genau wie im Auto. Fahre ich weniger mit dem Auto, hält es auch länger. Aber jeder von euch will essen, trinken. Darum, ich werde bei jedem Vortrag den Menschen nichts verbieten. Herr Franz, Sie müssen auch über Ernährung reden. Da habe ich keinen Bock darauf, Junge. Deshalb, die Leute lieben mich doch. Sie sagen, ihr könnt euren Steak essen, esst euren Sahnekuchen, racht euren Zigarette, trinkt euren Whisky. Das sagt Robert Franz. Wow, das ist einer von uns. Den haben wir lieb. Wisst ihr, warum, was Sie machen müssen? Auf den Körper achten. Ich denke auch. Ich esse 18 Eier, 10 Flaschen Bier, 5 Liter Wein. Ihr müsst normalerweise auf der Erde sein. Aber wenn mir etwas gut tut, mache ich es weiter. Und das ist der größte Fehler, was wir im Leben jetzt machen. Wir machen Sachen, die schädlich sind, immer und immer wieder. Können ich stoppen. Und Sachen, die gut sind, machen wir einmal oder niemals. Bei mir, wenn etwas für mich gut ist, nicht morgen oder sechs Monate, ab die nächste Sekunde nicht mehr. Stopp. Merkt euch. Wenn ich anfange zu rauchen, zwei Pakete rauchen, fange an zu husten. Ein normaler Menschverstand sagt, ein Paket reicht. Ein Paket rauchen funktioniert, raucht du weiter, Mann. Aber in dem Moment, wo ich jede Früh rauche und aufstehe und eine halbe Stunde meine Lunge rausruß, dann bist du aus meiner Sicht nicht mehr zu retten. Nicht ganz dicht im Kopf. Das merkt ihr. Wir sind Weltmeisterin. Entschuldigung. Herr Franz, noch sechs Monate, ich verspreche und weiß was. Nein, hör auf. Und darum sage ich, wenn du einen starken Körper hast, hast du auch einen starken Geist. Obwohl es wie anders gepredigt wird, Geist, Materie. Ihr habt euch vorgestellt, jetzt seid ihr beim Vortrag von Robert Franz. Das heißt, Leute, die meditieren, okay, jetzt fangst du an zu meditieren und der Arsch juckt. Was machst du? Kratz dich. Meditieren doch weiter. Kann ich nicht. Ich muss mich kratzen. Und ist das ein gesunden Körper? Da könnt ihr auch sitzen. Viele von den Menschen haben so Schmerzen, wenn du einen Vortrag stellen, dann ist sie auf, gehen sie immer am Schmerzen. Wahrscheinlich, ich mache die nächsten Seminarteilnehmer für Robert Beetz, Rüdiger Dahlke, wenn Leute, die Sitzfleisch haben, die auch noch Fragen stellen. Und das merkt euch. Für mich ist, erstmal schaut euch einen gesunden Körper ab. Wenn ich einen gesunden Körper habe, kann ich mich voll konzentrieren. Entweder trinke ich mein Bier oder gehe auf alle sieben Bewusstseins. Solange ich keinen gesunden Körper habe, wird der Körper euch immer wieder wachrütteln. Und darum auch bei vielen Menschen, die Schlafstörungen haben. Ohne Vitamin D3 habt ihr tausend Baustellen. Der Körper ist nicht versorgt. Du schläft. Auf einmal heißt es, pass auf, da ist was nicht in Ordnung. Stößt auf, was ist nicht in Ordnung? Lässt dich schlafen. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Wenn ihr Schlafstörungen habt, nehmt einen Monat Vitamin D3. Und wenn dann noch immer Schlafstörungen sind, dann kann ich anfangen. Brauche ich Tryptophan? Brauche ich Melatonin? So, nehmt nicht gleich Sachen. Weil viele von euch ohne Vitamin D3 nehmen auch nichts auf. Und darum sage ich, umsonst, viele von euch haben wahrscheinlich bis jetzt auch gekauft. Noni, Maki, Kaki, Reishi, Aloe Vera. Überall zusammengekauft. Haben nichts davon gehabt. Warum? Der Körper ohne D3 hat geschlafen. Kommt Aloe Vera. Nein, brauchen wir nicht raus in der Toilette. Jetzt könnt ihr das ganze Geld in der Toilette. Spült aus der Drücken. Geld fascht die Eröffnung und die Zeit. So, merkt euch. Durch Vitamin D3 wird der Körper hochgefahren. Ich will das, ich will das, ich will das. So, Vitamin D3 als erstes. Durchblutung zweites. Vitamin C. Und dann, so wie ich sage, Vitamin B12. Vitamin B12 ist euer Gedächtnis. Und merkt euch, geistige Behinderung ist viel schlimmer als physische. Wenn ich im Rollstuhl bin und irgendwann kann ich noch immer am Witz sagen, im Gesellschaftsleben teilnehmen, aber wenn ich oben im Kopf, wenn die Nerven abgestorben sind, wenn du dement bist, hast du das Irdische gesegnet, dann ist die schöne Frau nicht, deine Enkel, dein Haus, kannst vergessen. Du bist irgendwo ein Nirwana und der Sohn, der dich schiebt oder Pflege hat keine Qualität. Deshalb schaut, nimm Vitamin B12 auf jeden Fall. Ab 50, wenn ich Vegetarier bin, Leute, die Bewusstsein haben, für diesen Planeten sind halt Vegetarier, die wollen kein Tierleid. Es kommt dann im April ein Film vor, Robert Franz, was schon wird auch in diesen Gegenkommen. Citizen Animal, da bin ich der Produzent. Und da werde ich versuchen, dass in Deutschland die Tiere keine Sache mehr sind. In Deutschland, in Schweiz, in Österreich sind Tiere eine Sache. Die Neuseeländer haben von zweieinhalb Monaten beschlossen, Tiere sind lebende mitführende Wesen. In Deutschland, 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 in Deutschland. In Deutschland, 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 in Deutschland. In Deutschland, 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 in Deutschland. In Deutschland, 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 in Deutschland. In Deutschland, 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 in Deutschland. Bis zum nächsten Mal.